Ein Prachtkerl. Der ist überschlagen irgendwie, ne? Ja, der war nicht ganz knapp. Aber wir haben ja auch Video. Ein schöner Hecht. Oh, der ist ein klasse Teil. Wir fahren so weit raus, wisst ihr, und hier im Plücken kriegen wir den Hecht. Da brennt nicht so ein. Oh, meine Güte. Liebe Angefreunde, 98 cm auf dem roten 4Pay Jerk. Geil, gigantischer Pike. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Der darf natürlich wieder zurück. Oh, oh, oh. Oh, ist das ein Biest. Ich muss ihn jetzt erstmal erholen mit dem warmen Wetter. Dauert eine Weile. Die Kiemendecke gehen aber schon wieder. Guck dir das Kreuz an, ne? Ho-hoho-hohohoha. Ppers, jetzt! Ppers, jetzt beginne. Chart. ageratamente nos Vielen Dank.